Hallo, wie ihr ja mit Sicherheit schon mitbekommen habt, ist ja die neue Apocalypse-Ever-Story-Folge oben und wie ich ja schon meinte, haben wir das ja im Team gemacht, Magic Real Life hat mich da unterstützt und die Darsteller haben natürlich auch ihren Beitrag geleistet und Magic Real Life hat jetzt auf seinem Kanal ein wirklich gelungenes Making-of von der Staffel 2 Folge 2 gemacht, wo ihr sehen könnt, wie wir das gemacht haben, wie wir das managen, was das für Arbeit war, wie so die Leute drauf fahren und so und und, geht insgesamt 9 Minuten 25, wird ein paar Outtakes am Ende und wirklich, ich bin begeistert jetzt nicht, um darum zu werben, ich bin wirklich begeistert, danke nochmal an ihn und ja, guckt euch an, wenn ihr wollt, ist in der Beschreibung und ja, aber ich würde es nicht gucken, wenn ihr Apocalypse-Ever-Story-Folge noch nicht gesehen habt, weil dann wäre es ein Spoiler-Alert, ja, aber wirklich, danke nochmal an Magic Real Life fürs Hochladen und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit, wenn ihr Interesse habt und ja, das war es eigentlich, vielen Dank fürs Anschauen und vielen Dank, wenn ihr das auch anschaut, also bis dann, ciao!